Das hier ist mein wunderbarer Nehmer, der leider Gottes relativ schwierig ist. Also meiner Ansicht nach, ja, ich habe ihn einmal, wir haben ihn kastrieren lassen vor kurzem. Dabei habe ich ihn gebürstet und habe ihm das Brustgeschirr angezogen. Er hatte eine Schleppleine dran, die hat er sich leider abgemacht. Ich wäre gerne mit ihm spazieren gegangen, aber das ist jetzt eher unmöglich. Also sobald der eine Leine sieht oder was, dann wird er wirklich sehr, sehr böse. Und er ist jahrelang Kettenhund gewesen. Wir haben ihm auch damals das Kettenhalsband ausgezogen. Er ist gut in Form, er schaut gut aus. Also wir haben auch einen Bluttest gemacht, er hat Riketzchen, er wird behandelt dagegen. Und mehr können wir im Moment nicht für ihn machen. Gell, Nehmer?